und willkommen leute heute ein let's play auf dem pietzmeet community server ja doch also kein adventure map im moment mehr oder the tool moment kommen jetzt auch mal es kommen also im moment kommen jetzt mal folge von pietzmeet community server wo ich drauf spiele fußball donner wird wohl irgendwann auch noch kommen das ist nur noch nicht man hier und ich kann jetzt ungefähr ungefähr 6 6 bis 8 stunden gespielt gehabt und gebaut und schon bis einiges auf die reikert mein haupthaus ein lagerhaus ich bin auf mts also wunderbar statt wenn irgendwann mal heißt user joint your channel oder so irgendwie ja ich bin auf mts ok so dann hier noch mein hundehütte drei wauwaus und dort gibt ein kühlbauch gemacht schon mal die mine ich bin scheiß direkt alles dran hier gibt es andere war und hier zu ordnen meine abu die haben ja und dann ist mir noch bis zu laut auch gott ja dann ist ja immer noch meine links bomster zaubertig portal wo schon angemacht haben bzw zwischen man hat ja hier ein stammt noch welche baut zu meiner lagerstelle wo jetzt ein skelett drin ist text shoppec ist wie immer mein eigenes muss ja so schnell nicht erinnern wird text shoppec ist wie immer man kann ich schreien ich zwar deaktiviert nur das war die koordinaten von meinem haus noch irgendwann raus kriegen und mich beklaue warum sind dies sonst immer noch so laut also für mich also ich finde es ist persönlich bisschen laut das kann man ein bisschen hoch stellen ich meine wäre ob mich irgendetwas angreift ich ja 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 mit welchen sagen also dass mir weiter fällt und das ist scheiß skelett so stammt hier noch ein Haus und Bauplatz von Gainplex ich kann man die Miener gehen Ja, ja, was sind doch alles immer, Töte und so. Wenn auch was gut gewinnen. Ist online, andere noch helfen, die ersten mit mir nachgesprocht geharrt. Denenst du mit dem Vergiftungstrank oder sofortiger Schaden? Abgeschmissen, ja gestorben, da hat er gestanden. Du hast es, ne. So und so hat es nicht verdient, eine Nukat-Schnitte zu sein. Wie kommt dieses Arsch? Drecks Ding halt durch. Oh, hier ist die Erde. Scheiße! Und das kann ab und das kann ab. Hier sollte eigentlich Slimes fahren, aber egal. Dem, 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 dem. Ja, wie man gut mienen kann. Ich könnte es euch auch nochmal demonstrieren. Wenn es jetzt nicht ein bisschen zu dunkel hier ist. Ich könnte hier nochmal die Grafikeinstellung ein bisschen höher machen. Ja, ich könnte es schon auf 50. Also hier gehen ungefähr auf die Höhe 12. Zwischen 15 und 10 sind meistens immer gute Sachen. So tun wir euch halt so Gang machen und immer bei jedem Zweite gehen wir so vor. Ich glaube, das hat immer den Vorteil. Da kann man nämlich, also über Sitt mal nicht so schnell Sachen allen, anstatt wenn man einfach alles aus Höhle wird, kann man sich ja noch für Rohstoffe spare, für die Hacke, so baue alles. Was geht hier noch so, ah, ja, genau, ist so, links, keine Ahnung, wie man, nein, das war jetzt. Ähm, ja. Vergiss nicht, es ist zu dunkel. Cola. Ja, kann man so abschnittsweise mal machen. Nämlich das Füll einfach anstatt alles auszuhöhlen. Da hat man nämlich nur, also wenn man alles aushöhlt, hat man kichtevoll scheißdreck, also Cobblestone. Ja, und so kann man sich einfach durchbauen. Hat nicht so viel kichtevoll Cobblestone. Oder, ähm, findet man auch mehr Sachen und hat sich einige Hacker erspart. Ja. Und zwei, dann hat man nämlich, immer hier den, hier den, und hier den, die Blockreihe, hat man dann gespart, sich alles auszuhöhlen. Und kann dann einfach so durchgehen. Und jetzt hat ich schon Redstone. Und das, finde ich, lohnt sich schon. So, ob sie baue. Ja. Da ist jetzt bestimmt nicht so spannend. Ne, jetzt hätte ich zu gucken, wie ich ja meine. Aber das muss ab und an muss sein. Irgendwie liegt es gerade. Gut, kann es wirklich mit 29,97 FPS aufnehmen. Aber ich habe gehört, so wird es, ähm, viel deutlicher. Zum Rendern her und später auf YouTube zu sehen. Uns bringt ja auch nichts mit, was weiß ich, 60 FPS aufnehmen. Oder, was weiß ich, mit 200 oder noch was. Ich kenne kein Clavish nur bis... Hallo. Hallo. Ja. Und da ist auch schon, äh, Moldi-LP. Was? Ich stund gerade aufnehmen. Oh, sorry. Ist nicht schlimm. Kannst du mitkommentieren. Was? Du kannst mitkommentieren. Okay. Ja. Und was nimmst du gerade auf? Oh, gerade so ein bisschen Heil vom Server. So. Warten wir mal so ein bisschen machen, tut. Ja. Nimmst du doch nicht ehrlich jetzt auf, oder? Doch. Okay. Ohne Scheiß jetzt. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Äh, bei mir an der Bude. Gerade unter Miene. Wie heißt du nochmal? Gameplex. Äh, wirklich, ja? Ja. Das ist jetzt ziemlich weit weg. Warte, ich guck mal. Ähm, wie heißt du da im Spiel? Eis, Eis. Ah. Wo ist schon ein bisschen was? Wo mal zwischen Usern? Von da komme ich gerade. Wo bin ich gerade beim Spawn? Ja, habe ich, habe mich hierher teleportiert. Okay. Ach, bist du auf der Insel da ohne? Ja, ich hatte da bei diesem, äh, Ritterkreuz da mitgebaut. Bei der Pyramide. Ah. Okay. Ja. Ähm, falsch. Doch, oder? Oh, Stark. Hast du geläftet? Hä? Hast du geläftet? Ja, ich will dich nicht weiter stören. Hm. Störst du mich nicht? Ja. Sag mal Bescheid, wenn du fertig bist. Oh, Stunde mal. Ungefähr manchmal immer so Stunde oder so, aufnehme an Erinnerung. Aber das machen wir doch am Wochenende. Sag mal so, ich brauche am Wochenende da und habe jetzt kein Videomaterial mehr. So. Ja. Ja, so ist das halt. Okay. Baby. Ja. Ja. Und da ist er schon gegangen. Mal die LP, ich kann auch mal auf YouTube besuchen, ich habe auch mal angeschaut. Also heute hat man mal ein Link geschickt gehabt, schon mal mal ein Video von mir anguckt. Oh, man kann es sich angucken. Ja. Wie sie Werbung. Okay, ich warte. Ich warte. Was geht nun? Wieso? So, ich warte. Das ist ja langweilig. Warte, wobei ich nichts in Englisch mache. Ich habe es vergessen, tut mir leid. Sorry. Please, sorry. ist das noch die erfahrung gerade versuchen weil ich suche es gleich wenn ich an der bude bin dann mache ich nämlich kurz einen Schnitt und dann suche ich es das sind sicherheit nur moppeln deswegen gehe ich an die bude verwandt die gehint der dritte DMM gehört den in der Nähe denn der denn denn Hoge mussten und ein der Kriegsmehr schon um es mal schon kurz im schnitt Soma bin ich schon aus gefunden es gesucht haben auch so dumme mich jetzt direkt mensch das braten während da sprit zeit für ein bisschen unnützes wissen das menschliche gehirn hat eine speicherkapazität von etwa wo ich so groß die zahl zehn drei nulle drei nulle drei nulle gigabyte sprich zehn hoch zehn gigabyte also das ist schon viel kann sich mein schatz schreibe will ich meinen so viel gigabyte hat das gehirn oder briefmarkenkunde nennt man wie briefmarkenkunde nennt man party latis okay hätte es nicht gut gut das interessiert mich nicht das ist unnützes wissen und so alles da ist die essenskiste dann das wird noch etwas mehr unnützes wissen lady gaga's fahrräder heißen henry und karen die kommerzbank hat er rechnet jahre jahre mit adels hochzeiten brachten aktien im schnitt ein plus von fünf prozent geht er interessiert mich nicht aber schon gerade diese werbung für die kommerzbank gemacht das muss ich eigentlich schnell von den kriegen haha diese werbung halt glint eastwood war von 1986 bis 1988 bürgermeister der kalifornischen stadt carmel der dj paul van deyck hat das zweitgrößte meilenkonto bei der flug hanser er fliegt in einem jahr knapp 16 mal um die erde das ist schon viel 16 um die erde kursen die nach 48.000 kilometer keine ahnung ich bin um die 48.000 kilometer ich bin mal nicht sicher aber keine ahnung da bist du heute ich mal gehört ja was haben wir dann ein noch so moment weizfeld ist immer noch nicht gut nach einer kurs nutella hat ein lichtschutzfaktor von 9,7 vielleicht schmierer ich immer gut mit nutella abends zu meinen ja ich könnte gerade ein bisschen holzfarmen wunderschöner blick wunderschöner blick auf die budi ja manchmal leckt es ein bisschen das ist gut weil es auch manchmal im chat immer geschrieben wird wenn man stirbt es ist 97 hat vergessen luft zu holen als das ist immer gut wenn soweit geschrieb wird die jetzt noch da kommt die gleich der popstar dieter bohlen hat schon hat einmal penis bruch ach hatte schon mal hatte schon einen penis das ob ich das wort sagen darf weil das hier ist drin vorkommt und nun mal da die musik von meint ist gerade so leute ist haben wir es eh nicht gehört sag ich jetzt mit dem link soll was die polizei münchen hat einen chor also das hätte ich jetzt wirklich nicht gewuscht und wenn ich frau warum ich das jetzt alles habe ich habe so ein buch über unnützes wissen ja das recht spannend autos nehmen etwa 24 prozent der fläche von los angeles sind ich muss jetzt stürzen einmal zusammenklappen das ist auch scheiße Deswegen kann ich manchmal nicht gerade auf Spiele, also mich bewege, ich muss nur verstehen halt. Lockt das Heule. Okay. Das ist aber Hammer, dann doch also. Können wir ja schon mal das beenden, nämlich Skype und da läuft's besser. Sein ist doch, läuft besser. Fuck. Hier geht's ganz schön runter. Okay. 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 Okay.